alles klar das war genau drauf und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ja ats mit nein natürlich hat es dabei ist das sony schweiß rechtes und ich natürlich der mh wer ist das ich hätte jetzt richtig lust irgendwas schmutziges zu sagen aber dann ich habe einen langen dick was hast du das jetzt wirklich gerade gesagt hast du das jetzt wirklich gerade gesagt das ist dein ernst jetzt ey oh man ey geht alle lang das andere muss ich ja nicht übersetzen alter ich höre nur bei b rassle ohne ende oh ich hasse ich habe diese verfickte piste warum hat eine jeder ein frauenbild drin was sollten der bullshit naja das 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 10 Meter Danke Amen Akkoi, thank you Ich habe richtig Lust denjenigen, der mich angeschossen hat, in die Birne zu hauen, aber dann kriege ich wieder eine Straf Ich habe 3-1, ich habe 2 Kill mehr Hoppla, tut mir leid Mach ruhig weiter, komm, mach weiter, schieß, komm, dann kriegst du 7 Tage Strafe Nein, kriege ich nicht mehr, es gibt nur 30 Minuten Hier ist nix, aber die sind schon wieder hinten Ach ey, ich leck mich doch am Arsch Okay, ich gehe hier hinten rum, ich habe ein ganz komisches Gefühl So, ganz einfach, leck mich am Arsch Ich bin da mit dem Dressed Eagle dahinter So Pay to win, alter Richtiger Profi Name Ich hab... ja nicht klar ich sag jetzt am besten gar nichts dazu die sind alle wieder einer hockt oben auf der kiste bei b hast du ihn? nice cool cool er geht natürlich rein dann tun wir ins feuerlauf, bist du selber schuld ist keine sound ja du bist doch ein affe alter fuck you wer auf ne brandgranate wenn ich durchlaufe tu weisch links ja mach mit ihnen deshalb die egel kaputt ich krieg der abend mal leer defuse 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 ich bin defuse die bombe die bombe wurde defuse die bombe wurde defuse die counterterroristen gewinnen mit die bombe die bombe die bombe die bombe die bombe die 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 krank der die heißt die 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 wick Counter Terrorists win. die Gegner haben überhaupt keine Chance ist sicher, es ist sehr lang das ist der letzte, da kann man immer ein bisschen rumlaufen aber immer Kriegt ihr keinen einen Gegner kaputt, ist das dein Ernst jetzt? Ja Ah Oh Jetzt ist das Das Spiel geändert Das ist die Kamera Ja 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 Haare brauche ich fotografieren Ah ja, hau schon mal, das ist wie Deine Halt keine Profi-Spiegelreflex-Kamera, aber das ist wie eine Spiegelreflex-Kamera, gell Krass Aber sie wird doch, sie wird scharf, sie stellt sich ein Ja Und da kommt bald der Update und da wird es besser Ja 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 Acht Aber was ist das? Ja Da wird es schon Ja das dauert das Stabilisieren die noch, die machen bald ein Software-Update und dann wird es besser Stabilisieren, dass es ganz gepiegel ist Ja. Ja, das dauert noch. Software-Update kommt ja bald. Ich hab eh ein Sprich gemacht. Guck mal. Nee, ich bin noch nicht fertig. Dauert? Das ist so Ding, sowas wie YouTube. Ich glaub dasselbe App wie da ist. Gut, hab hier schon alles gelöscht. Bis auf ein paar Apps. Dauert aber noch, bis ich das eingerichtet hab. Selbe Größe, ja. Ja, und halt die Farbe jetzt anders da. Schwarz, schwarz. Warte mal, warte. Warte mal, sieht aber anders da aus. Nein. Das ist ja das eine Teleobjektiv und eine Weitwinkel. Warte mal, ich kann nicht ausschalten. Die Terroristen Tests win. Also diese Aufnahme wird richtig super. Einmal das Getrommel. Zum 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 zum. Ja. Ne das hab ich nicht. Ja. Guys. Ende Spawn. So wie es statt CSGO ist, hat es irgendwie bei mir aufgehängt, ja. Ja. Jetzt muss ich noch aufnehmen. Ah, er aufnehmen. Ich schau irgendwie nicht drin grad. Oh Gott. Looking in, ey. Boah alter, leckt der oder? Deploying flashbang. Ach ne Leute. Da oben. Nice gången einfach aufgehängt. We must win Nice guys sorry for our car We win this shit I didn't go there. I didn't go there. I didn't go there. I went over the house. Oh sorry Ah Bomb Come on guys defuse 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 I'm defusing the bomb What? Easy. GG Hammer gewonnen Ey Der wo immer vor mich springt, der hat immer mehr Glück als Verstand hey Bin direkt beim Schießen vor das Bild zu springen hey Okay das Ergebnis ist ja trotzdem Weil das wäre jetzt richtig scheiße wenn das zurücksitzen wäre In dieser Aufnahme ist echt viel passiert Einmal das rum und dumm bei dir Dann kommt die Mutter rein Hehehe Ich werf die jetzt mal hier oben drüber Hoppla Dann mal hier hinten so Ah Deine Ernst der läuft tatsächlich wo deine Granate rein alter ich da bläht Bei B sind die Hinderer Bei B sind die Hinderer Sorry Nice Ganz easy Ah Ah Der M.H. hört man immer ab und zu pupsen Der M.H. hört man immer ab und zu pupsen Ah ja Das hat man sogar jetzt gerade gehört Ich hab nicht gepupst das war mein Stuhl Okay Der hat geknackt Oh ich hab die Oh Gott Ich hab eine Granate weggeschmissen Ich hab eine Granate weggeschmissen Die gehen immer zu Ah ich weiß nicht die checken das irgendwie nicht Kann das sein Nein Direkt bei B hinter der Kiste Spawn 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 Oh Oh Has been planted B guys B guys B guys Boah ich hab richtig kalte Hände eh Du auch Yes Noll das hab ich gehört Ich hab gesagt B Ich hab äh Ich hab den Zug gelaufen wenn er stirbt Ich hab den Zug gelaufen wenn er stirbt Ich hab den Zug gelaufen wenn er stirbt Aber du denkst Ich hab ihn dann und sie Ja Nein warum muss seit die Munition aufhören Der Letzte, der hockt ganz hinten, da bei den Toren in der Ecke, da links, nice, easy. Die fliegt ihm weg. Nimmst du eigentlich auch auf oder nicht? Ich wollte da aufnehmen, aber ja. Kommt wieder zu, weil immer was dazwischen kommt. Schade, weil wir sind so gut, ey. Ja, 10-7, ich bin eigentlich für das Ergebnis eigentlich sehr stolz, wenn ich die vorige Folge richtig scheiße gespielt hätte. Da steht aber keiner, da kann Smoke reinwerfen, da gehen wieder alle nach B. Da links, schau nach einer, Mike. Ah, nice. Nice, richtiges Bunnyhop. Easy. Ey, wenn wir zwei jetzt... Noch eine Runde, Alter. Na ja, ich krieg das gar nicht mit, die Siege. Ach, ich werf die hier in die Ecke. Ich spiel jetzt ohne Bombe, ich spiel jetzt einfach mit der Glock. Da hinten in der Ecke, da liegt sie, wenn sie willst. Ich will die nicht. Deine ATP 2000er, andere AT-Tag, okay. Ja, schieß mich an, du Arsch, Alter. Kann der nicht lesen, oder was? Nein, immer... Fuck. Das ist... Nein. In der Ecke, in der Ecke. Right, 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 right. Er on the bomb. He's on the bomb and left. Yes, yes, yes. Good, Guys, good, good. We win this shit good. Good. Blend the bomb, please. Blend, 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 blend. Blend the bomb, please. I'm not koi. Und kriegst wieder nichts. Ja. Willst du nicht verabschieden, du Blindel? Okay, dann ist du hier alles klar. Dann werde ich sagen, haut's rein, bis zum nächsten Mal. Euer SoulSightsGaming und euer MH261095Pups. Woll dein Maul. Bis denn, ciao.